So, hallo, ich herzlich willkommen an meinem neuen, naja, Projekt auf dem Kanal, nein, nicht auf diesem Kanal, sondern auf drei Kanälen, ähm, wir stehen jetzt Arct-Spül, haben wir jetzt gut genannt, ähm, ja, ja, mit mir dabei sind, steht euch ganz einfach vor, Ventix, oder Black Anaconda, je nachdem. Ich bin Karriktion of Gamer. Genau, genau. Und ich bin mal hier umstellen wie in Arct, ähm, als Ziel haben wir uns vorgenommen, ähm, einmal jedes Tier, also nicht gegen die Nähe zu besitzen, ähm, und dann auch so eine Rüstung, hier halt, die hektliche Brenner. Tech-Rüstung, dass wir halt jeden Mob, also jeden Boss sozusagen in Arct besiegen, halt je nachdem mit welcher Schwierigkeit, und da halt uns dann nach und nach die Tech-Rüstung zusammensparen. Und, dass wir dann halt auch von jedem Tier einmal ein Tier haben. Ja, was gerade Kai schon gesagt hat, aber gut. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja. 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 Ja Kai. Ja Kai. Hast du ein Dodo geschlagen? Nein Kai, das ist wichtig. Spiel, Spiel, Spiel. Ja, weiter weiter weiter. Ja, ist klar, okay. Ich hol mir erstmal ein bisschen Holz. Das ist mein Jam. Ja, ey. Das ist mein Leben. Also wir haben schon ein paar Level, weil jemand es nicht geschafft hat. Hier, ja. Ich möchte hier keinen Namen nennen. Ja, aber... Hm, 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 nee. Mhm. So, da mach ich mir mal... Was ist Deter wieder zu mir aus? Wie geht es mir aus? Da war es? Hm, 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 ich will hier keinen Namen nennen, ne? Also ich nenne irgendwie von Bgram und Kano aus. Hä? Ja, ich weiß ich auch. Wieso von mir? Was hab ich jetzt gemacht? Hi, hab ich blaue Bgram. ich habe die zeit diesen komischen naja jetzt funktioniert diese komischen packen einfach meine anzeige verschwindet wenn ich irgendwas in dem menü macht wo ich halt aussehen kann was ich nicht braucht zum beispiel nackt oder so was halt zum lernen dieses lernmenü ich habe schon nackt easy ich bin schneller als hier und ich habe sogar schon ein bandana aber ich mache mit ein safari hut der ist nämlich cooler ich habe mich aussicht ich sehe aus wie einer von den sieben zwergen mit riesenbizeps so was haben wir denn als erstes vor wenn ich fangen darf wie gesagt was haben wir denn als erstes vor also irgendwelche besondere pläne ja aber gleich aus holz ball dieses ist ja ätzend ich würde sagen wir teilen uns die dinger also einer macht einer macht bausachen eine macht waffen und einer macht rüstung und alles zum lernen was sollt ihr übernehmen ich würde sagen ich mache ich mache waffen ich mache waffen ja rüstung ja wohl rüstung ist ein bisschen kleineres sagen wir rüstung und was gibt es denn noch sagt mal verteidigung ja rüstung und sagen wir diese vielleicht so außergewöhnliche sachen sowas wie stühle oder sowas wenn du halt noch weil du für die rüstung brauchst du ja nicht so viel level ja jetzt zum beispiel oder treppen oder sowas halt genau so ich habe jetzt ein holzknüppel ja da verbrügel damit verbrügel ich jetzt jemanden das ist ja auch nicht so viel stein ewig kalten ok das heißt ich lerne uns jetzt schon mal welches level bin ich denn 8 steinschleuder und so die grundlegenden dinge sowas wie ein schlafsack oder so würde ich sagen lernt sich jeder schlafsack oder lagerfeuer und halb so was ich mache ein paar sperre dafür brauche ich noch fahrsam mhm und wo es schön ist. Wer hat hier Licht an? Wer hat hier Licht an? Ah, ja, ja, Kai. Ja, ja. Sei unsere Leuchte, Kai. Ja, ja. Wo? Hier. Da wo die Fakke liegt. Na, aber das ist ja nicht flach. Ja, ja. Den Rest kann man mit schräg nichts daran machen. Nein. Ich will eine flache Stelle. Hier, machen wir es doch hier. Hier ist doch ziemlich flach. Ja, dann müssen wir kurz die Steine wegkauen. Ja, ist ja kein Problem. Ja, die Probleme ist doch sowieso nur die Steine weg. Ich auch. Geht man echt die Steine weg? Äh, wenn du lang genug drauf haust, dann wahrscheinlich her. Ja. Ähm, Schuss hat ganz gut zu gucken. Zusammenwenden. Dann, 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 dann. Ja, da, ja, da. Ich wollte sonst ein bisschen. Ja, ja, ja. Ja, mein Gott hat. Sag, 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 sag. Wie genau machen wir das denn eigentlich mit der Abwechslung? Wer nimmt als erstes, wer als zweites und wer als drittes auf? Pfff. Okay. Es ist ja so. Also, als Anmerkung für die ganzen Zuschauer. Dies in Folge, dass das Arc of Drive kommt auf uns in drei Kanälen. Der Rest wird dann immer abgewechselt und aufgenommen. Ja, aber wer... Ja, aber wer... Den werden wir dann halt in die Kommentare reinhauen. Im Waren. Wer war... Alles klar. Ja, okay, dann machen wir das so. Ähm... Die Pflanzen gehen die nicht weg. Hm, freu' ich mir auf. Welche Pflanzen? Hier... Hier, wenn man die abwechslutzt. Das dann gehen die nicht weg? Die gehen nicht weg weg. Okay, bei mir gehen sie weg. Aber gut. Ja, okay, okay. Okay, ja. Postvorteil, ne? Ja. Ähm... Ich lerne Fernrohr, weil das ist auch so eine grundlegende Sache. Ja. 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 Und ich wollte Bolas lernen. Das ist ne Waffe. Ähm... So, also ich hab jetzt hier Comptair auf die... Ich schleg jetzt auf den Holzboden für jeden zwei Sperre. Ja, der wird gleich schon mal schnell schnell Blitzel anmachen. Jaja. Nein. Ja, aber ich hab schon mal vier Holzfunde damit. Das ist ganz schön. So, zwei Sperre für Kai. Zwei Sperre für Jojo. Und zwei Sperre für mich. So. Liegen drauf. Bitte in spätestens 1 Minute 55 abholen. Ja, ja. Ich bin für Sasha. So, so. Ich komme hier hin. Ähm... Wer kümmert sich um Essen? Haben wir da irgendwas? Oder... Sehr seltener Fahrrad. Soll ich schnell holen? Ich kann schnell holen. Ich brauch nur ein paar Bolas. Und dafür brauch ich halt. D.h. Wo ist ein Dodo? Ein Dodo... Hrawam. Hrawam. Wum... Maha... Ist gut. Hör... Ich will, wenn du calmest. on. weil ich bin der host noch an die anmerkung für zuschauer das heißt wenn ich sterbe ohne bett ja dann haben wir erstmal großes problem und er hat mich gesehen leute mit einer helfen ein bisschen ja kai rette mich beschütze mich ein kompi du hast ein kompi umgewacht ja er läuft er war in der gefahr vorbei oder er bleibt vor der gefahr stehen ich bitte das leder für bollas acht leder reicht für zwei bollas zwei bollas werden hergestellt so und jetzt wird jetzt wird gejagt wenn man wissen wo wir gerade bauen streckt euch noch schnell auf der karte der punkt der punkte rückwürdig ist es stimmt stimmt wartet mal ich gehe dann noch mal schnell hoch und mach mir einen punkt ganz gleich gleich immer bei dem wasser hier ist noch ein karten stört falls wir weiter weg gehen mache ich mir hier einen punkt hin vielleicht nicht direkt hier sondern machen wir es halt mal hier hin breiten grad ist ca 79 und längen grad ist 17 18 kompis so dann setzen wir jetzt meinen hompon ich weiß nicht ob das für kai hast du leder noch ein bisschen für hier direkt neben dir ja danke kann ich ein paar polas machen wir nehmen auf lass mich nachschauen wir nehmen auf 13 minuten naja die folgen werden so circa 50 20 minuten haben wir gesagt 15 20 so die erste folge gut kann natürlich zu komplikationen kommen in dem fall wenn wir irgendwas sehen und dann dauert ein bisschen länger dann werden wir die folge nicht einfach unterbrechen sondern werden ein bisschen länger machen oder schneiden oder zeitraffer oder sonst was welches level seid ihr denn wegen metallwerkzeug ich bin ähm ich bin auch level 11 ja ich bin auch level 11 ähm 16 16 16 als obkai als obkai ähm mach ich noch 2 3 ach ich mach uns mal ein lagerfeuer ja ähm ja ok 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 so wir brauchen noch genau für zwei bolas dann hat jeder erst mal drei juhu und stein ich mach mal sechs stein ich mach mal sechs stein na ach so ja stimmt du bist schon level 16 ja warte dann warte noch ja wohl warte noch kurz ich bin ja ok ich bin level 11 aber theoretisch brauchen wir jetzt noch keinen bogen lagerfeuer mit fleischstunde passieren appetit gut sch fassern 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 so jetzt könnt ihr euch mal bei uns gleich drei bolas jeweils abholen ok fassern fassern ja fassern fleißiges bienchen so dann nehmen wir uns mal so die ersten liegen schon da nochmal scheinbar bollas ich brauche mir schnell was zu trinken wer hat er gerade gepfiffen irgendwie war da gepfiffen ja natürlich pfeift hier immer kein pfeift ich will ein bisschen fleisch wer pfeift denn hier das wäre gut lederrüstung kai da wer macht betten oder macht jeder für sich nochmal betten ja ich habe jetzt ein bett für mich selber gemacht aber jetzt brauche ich bisschen leder ich gehe mal ein bisschen leder fahren ja nee den armen dodo der gibt ja kaum was tut mir leid stopp stopp nein das stimmt nicht hallo kann man so herzlos sein ich brauche einen parasaus boah die sind alle geflüchtet vor ihren gesichtern wieso bin ich denn schon weg da ist einer ich habe einen ok ich habe gerade einen jahr tot ich ziehe den körper halte ich kann die körper eiskalt ziehen nicht ohne irgendwas tötet mich was willst du mich hä ok es hat gerade irgendwie vollgeleckt wer hat den musikern mit alter zwei willst du mich verarschen ja die bitte ich mag nur den dinger fahren auch Na gut, ein bisschen was haben die, die Lust bekommen. Ich habe aber auch ein bisschen was bekommen. Also, falls jemand immer sprüht oder was Tech ist, wenn es halt niemand kennt. Was, was Tech ist? Achso. Tech Rüstung etc. ist halt hier. Das ist halt so eine Relativ-OP-Rüstung. Relativ-OP, ja. Ja, oder sehr OP, mit dem man halt Jack-Jack-Pack kann sprinten, hoch springen, hat Gegner-Supro, dank deinem Helm, ein super Schlag, kann sozusagen, kann man mit Jack-Jack hochfliegen und dann runterfallen, wie sie halt in diesen Komet, kann halt höher springen und dann kriegt kein Fallschaden. Hm. Wow. Wurde, von das wurdest du getötet? Das ist so riesig, leh, 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 leh. Äh, keine Ahnung. Ich bin nicht gestorben. Sagen wir so, ich bin nicht gestorben. Ich bin nicht gestorben. Damit kann man schießen etc. Das braucht man, um erstmal alles herzustellen. Und... Das darf ich auch hier in der Vorbereitung runden. Heißt, jemand irgendwas weiß, was das ist? Schrei für was denn? Für was denn? Transmator. Tech Transmator. Hä, das ist doch voll easy. Das ist, ähm, du kannst dich teleportieren, wenn du zwei aufgestellt hast. Ah. Ja. Falls jemand dafür trotzdem noch eine Verwendungslosigkeit hat. Immer schön in die Kommentare schreiben. Ja, die Verwendungsmöglichkeit ist doch easy, he? Du stellst zwei auf und dann kannst du dich immer teleportieren. Mann. Du willst ja nur, dass... Dass Leute was in deine Kommentare schreiben. Nein. Ich hab dich durchschaut. Oh Gott! Oh Gott! Lauf! Sarkorn! Sarkorn Base! Sarkorn Base! Was ist denn los? Was ist denn her? Ich hab den gar nicht her. Ich hab den... Ich hab den nirgends woher. Der war beim... Der... Ich... Ich war auch in der Base und dann hab ich ihn hergestellt. Und auf einmal... Hat der angegriffen. Ich hab nicht... Ich hab nichts gemacht. Der... Der hat mich auch nicht verfolgt. Der war plötzlich da. Der ist einfach... Der ist einfach irgendwie rumgerannt. Der ist einfach... ryff. Der ist einfach... Keine Ahnung. Der ist einfach. Schließend! Los Leute, ihr macht das! Ich schau von dir oben zu! Komm, Julian. Schlag auf! Schlag! Schlag! Oh mein Gott! Okay, ich bin gleich tot. Nein! Wir haben einen guten Mann verloren. Nein, 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 als ob er jetzt mich jagt. Oh, schnell, 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 ich muss auf den Stein, ich muss auf den Stein, ich muss auf den Stein. Er kommt. Nein, ich will auf den Stein, ich will es cool machen. Oh, ich bin, ich bin hier safe, ich bin safe, alles klar. Hier, easy, Saku, du kommst hier niemals vorbei. Oh Gott, oh Gott, er kommt. Oh Gott, er ist ein Profi. Was, 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 wo ist das denn? Er weiß, was er tut, Hilfe. Okay, komm, komm. Ich kann es gut möglich sein, dass du gerade meine Sache umgenommen hast. Ist es nicht egal, gerade? Irgendwie schon, aber ich habe gerade mit dem Kämfen. Shit, shit, ich hätte gerade gerne eine Arbeit mehr nutzen. Okay, ich brauche Fasern. Dann hat jemand Fasern, dann kann ich ganz viele Sperre machen. Alter, hier ist ein geiler, hier ist ein geiler Petri. Oder kann ihn einer weglocken? Ja, warte, Schatz, wo bist du denn der? Schatz, wie bist du? Ja, wo ist denn der? Weiß ich nicht. Weg, tot. Jetzt kommen wir gleich von hinten. Jetzt kommen wir gleich von hinten. Ja, ich habe auch noch ein paar Sachen. Ich bin dann zum Host. Ist er da? Komplett, ich habe die Positionierung. Ja, der ist. Ach, doch, der ist unten. Wo, 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 wo. Äh, der kommt auch noch zu. Oh Gott. Warte, ich will ihn nehmen. Ich will ihn nehmen. Nein, er will mich. Warum? Ich weiß es nicht. Ich bin schmackhaft. Er wird jetzt nicht an den Schrank kommen. Er hat nicht weg. Oder er hat Dichtkeit. Vielleicht hat er noch eine Idee in den Range. Vielleicht hat er mich. Geh weg. Ich schluck schon mal rein. Ja, ja, genau. Lock den ganzen Zeit weg. Am besten zu dem Spielen oder so. Also lustig. Ja, hallo. Such halt einen. Äh, Aufnahme. Äh, schon, schon. Äh, das ist, wie gesagt, äh. 24 Minuten. Wir haben nichts geschafft. Also nichts Produktives. Ja, na komm, wir haben Plattform gerutscht. Oh, oh, das, das fast wieder von einem, das fast wieder von einem Sarko zerstört worden ist. Wirklich? Wie viel Leben hat die Plattform noch? Die Plattform hat noch, die wurde gar nicht zerstört, die hat noch, die hat 33 Leben, nein, 23 Leben sogar nur verloren. Die hat auch 23 verloren. Die hat nichts verloren, die hat nichts verloren, die hat nichts verloren, die hat nichts verloren, die hat nichts verloren. Also sollte ein Sarko nicht verpassen. Oh, wow. Ja, ja, ganz, ganz. Aber Jojo, warum, warum hast du denn, hier, warum hast du denn hier eine Siedling hin? Ich finde das voll hässlich. Entschuldigung, aber ist so. Was kann, wo hast du das denn gebaut aus? Keiter hast du deine Sachen eingesammelt? Keiter hast du deine Sachen eingesammelt? Keine Sachen? Ja? Hast du deine Sachen eingesammelt? Ich hab keine Sachen eingesammelt. Du liegend dabei, leider? Es nebelt. Hm. Du bist schon nicht da. Da fragst du mich da. Ja, ja. Kannst du uns das Meisteres fragen? Äh, die ist der Name. Mein Name ist Kontakation auf Gamer. Und wie du? Na, das ist ja zu schlimm. Also, gegen die Fall kann ich nicht beantworten. Das ist schon zu. Das ist zu schlimm. Okay, du weißt was, ich mach das. Ja, gib mal einfach ne Axt und ne Spitzhack als Beispiel. Wie das sieht gerade so. Sieht aus wie ein kleiner Busch. Sieht aus wie ein kleiner Busch. Ich hab, ich hab. Ich hab, ich hab. Ich hab. Ich hab. Ich hab. Oh. Oh. Kai. Dann mach doch oben. Du kannst doch auch abbrechen. Zu spät wahrscheinlich schon. Aber egal. Danke, danke. Danke, danke. So, wir sind jetzt bei 27 Minuten, ja. Da bin ich schwach, das ist länger. Ja, bin ich schwach, das ist länger. Zu 80 Jahre. Kein Problem. Gleich 24 Stunden Livestream. Da bin ich schwach. Nein, da ist die Schabonschule. Oh, heul. Was für ein Bartbuch habe ich denn, Hauptsache, wir sind jetzt original zwei Tage hier und ich habe schon ein Bartbuch, so als ob sonst was wäre. Ich bin der Weihnachtsmann, ich hab weiß, ich bin weiß, ich bin weiß, ich bin unnötig. Ja, nur weil du weiß bist, heißt ja nicht, dass du der Weihnachtsmann bist. Wenn ich jetzt so eine Lederhose hab und die rein theoretisch so rot färbe, somit weiß ab, dass du noch mit gelbten Bücher schraubst, sehe ich aus wie der Weihnachtsmann auch vorbei. Super. Ja? Ja? Oh, noch ein Level, dann kann ich, vielleicht krieg ich heute noch das ein Level hin, dann kann ich Bögen machen. Nice. Das ist... Ja. Ich hätte ja noch ein Video. Ja, und du chillst auch noch, bis ich jetzt ein Level hab. Oh, bei mir backt das Gras hier rum. So, dann gucken wir mal und hier und hier und hier. Wann sollen wir denn die erste Folge hochladen? Heute gleich oder morgen oder... Ja, da wollte ich nicht. Nein. Ja, warum? Also heute. Für morgen. Na ja, das kann man doch wohl heute. Wie lange willst du denn bearbeiten? Drei Stunden? Joa. Nein, nein. Nein, nein. Die muss man schon bearbeiten, du musst zum Beispiel jetzt noch den Türen ein bisschen lauter machen und ich muss schauen, dass ich irgendwie das Doppelte wegkrieg. Ja, dann kommt man glaube ich so nicht hin. Doch, doch. Ich bin Profi. Ja, das ist ja schon immer gut. Nein, 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 nein. Äh. Ja, ich dachte, ich mache so jede Sekunde mal so einen Katsch rein. Ja, genau. Ja, ja. Jede Sekunde. Äh. Um mindestens drei Stunden, um für ein 13 Minuten Video zu Katsch reinzumachen. Ich will ja nicht hin. Ja, ja. Und dann darf ich natürlich den Nächstton wieder ähnlich. Okay, okay. Also wenn ich A sagen muss, ob das B sofort für ja, ja, das Zukunft nicht. A, C, D. Okay, gleich sind wir fertig, aber ich würde sagen machen wir noch ein bisschen länger, weil ich will noch unbedingt Level 15 werden. Und jetzt sind wir bei 30 Minuten. Dann machen wir noch ein bisschen länger. Ich, ich, wir machen... Ich mache jetzt noch die Grundfläche. Mal gucken, ob schon die Züge einbauen, aber zu zweifelig. Ja, wir können ja mal schauen. Ja. Mal gucken, wie lang geht. Mal gucken, wie lang geht. Mal gucken, wie lang geht. Genau, mal gucken, wie lang geht. Ah. WP, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Ich kriege aus so einem Riesenbaum, eiskalt, einfach nur 13 Holz. Ja. Nö. 14, 16, 21, 23. Nein. Ja, aus dem habe ich 48 bekommen, aber aus so einem richtigen riesigen Baum habe ich einfach 13 bekommen. Achso, das sind bei denen, ja, du musst gucken, welche. Wenn die etwas dicker sind, bekommt sie nicht so viel, was wird bei denen etwas dünner. Hm, ich weiß, Palm kriegen, geben wir irgendwie so 40 Dinger und so ein Riesenbaum gibt es einfach nur so 20. Ne, jetzt kommt doch die Bion hoch. Ja, in Redbird Bion kriegst du natürlich 1000 von Holz, aber... So, jetzt hier. Oh, es regnet. Super. It's a beautiful morning. Oh, wer hat da was getötet? Ich brauch's noch nicht. Ich brauch's noch nicht. Ja, ich kann ja einfach ins Logbuch schauen, ne. Da steht's ja, Stammverwaltung und... Ja, ich brauch's noch nicht. Ja, ich brauch's noch nicht. Ich brauch nur noch ein paar Sperre bauen. Ich hab jetzt übrigens schon, jetzt sind da, 6 plus 6 sind da, äh, 17 Sperre drin. In der Kiste. Hallo. Hallo? 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 Okay, dann mach ich jetzt Bogen. I was wondering... Ja, das Wasser sieht n bisschen hoch. Ja, das Wasser... Ja, das ist Wasser. Ja, das ist keine Ahnung, Summwasser, Dreckwasser, hat jemand mit mir keine Ahnung. Brackwasser. Genau. So, also 20 Sperre sind jetzt in der Kiste. Von meiner Seite aus sind wir fertig, oder soll ich noch schnell einen Bogen bauen? Ja, machen wir noch schnell einen Bogen. Also drei Bögen. Ja, drei Bögen. Oh, da brauch ich ganz viel Fasern. Ganz viel Fasern. Dann kann ich schon in der Zwischenzeit hier noch mal bisschen machen. Äh, hier, 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 hier. Ne, ich brauch den. Ich brauch auch einen Bogen. Ich brauch auch keinen Bogen. Also, ich kann nicht die Ressourcen holen. Das macht man alles nichts heute. ja wieso er macht doch rüstung und kai hast du jetzt schon eine leder rüstung gemacht ja dann such halt im wald habe ich gerade ein paar ausgesehen und eben so sind bestimmt auch noch ein paar da so ist das so grundfläche umgekehrt gucken ob ich ihn noch ein bisschen größern kann ja warum nimmst du denn keine bowler oder hast du keine mehr ein profi in seinem gebiet einmal mit profis und ich gehe auf resistors ich gehe auf die restos so wo ist unsere plattform da so leute zwei bürgen sind in der kiste bei den 20 feiern bei den 20 spär also wir sind jetzt bei 35 38 39 40 ich würde sagen wir beenden hier er ist auch bei mir nie wie schon hochzuladen vielleicht zehn minuten 20 minuten bis jetzt fertig ich bin kaputt alles klar dann würde ich sagen machen wir noch mal so er macht so na gut Na gut. Nein, ich mag sie removen, bitte, please. Ja genau, Twerk, Twerkit. Danke schön schön. Hä, und was jetzt, Kai, wo hast du denn jetzt einen Bogen? Hä, hä? Ich hätte ja einen Bogen gemacht. Irgendwie. Hä? Bei mir sind noch zwei drin. Ja, ja, ich hab' den Schmuck. Alter. Ja. Dafür gibt's Haue. Ich wollte heute mit den Rackern aus. Bist du tot? Bist du tot? Nein, du bist bewusstlos. Ah. So, und jetzt nehme ich deinen Bogen. Ja. Und deine Pfeile. Ja. Und jetzt gebe ich dir ein paar Stim-Babys. Wo bist du? Da. Das hilft immer. Na. Ja, ich weiß. Deswegen ist es ja so gut. Ey, da ist der Sarko für uns zerstört. Es war immer noch der Sarko. Immer noch. Es hat niemand neu aufgebaut. Ja, ja, ja. So, dann würde ich sagen, warst du mit der Folge, ne? Stellen wir uns alle nebenan auf, hier neben unserem Geschafften. Ja, ja. Die zeige ich schnell. Wehe, mich schieß hier jemand an. Äh, so Leute. Jojo, kommst du bitte? Achso, stimmt. So, wer macht die Abmoderation? Schnell. So, Leute. Ich mach jetzt mal die Abmoderation, ja. Weil Kai hat die Abmoderation nicht gerade sehr professionell gemacht. Ähm, ich wollte noch kurz sagen, Entschuldigung, dass die erste Folge halt bei den beiden. Ich weiß nicht, woran es liegt. Und die anderen beiden haben es leider auch. Ähm, ich versuch das noch zu regeln, ja. Also, bitte verzeiht mir da. Ich weiß echt nicht, woran es liegt. Ich weiß, es nervt Ultra. Und mich stört es auch echt sehr stark, weil ich natürlich versuche euch so gut wie möglich ein Content zu liefern. So, da seht ihr jetzt gerade nichts mehr, aber ich rede trotzdem noch ein bisschen. Ähm, und ja, bitte verzeiht mir das einfach. Ich versuche es wirklich ab der nächsten Folge spätestens zu regeln. Jetzt kommt sowieso dann eine Folge bei mir. Ja, wo ich, ähm, wo ich allein rede. Also, wo ich einzeln drin bin. Also, bitte, bitte verzeiht mir das wirklich. Ähm, ja, ich würde sagen, jetzt kommt nochmal ein kleiner Ausschnitt von was. Und, ähm, ja. Viel Spaß damit. Ja, da ist noch einer! Schlangenlinien! Alter, schau mal. Wie gut es war. Ein Profi. In seinem Geschäft. Oh Gott! Alter, wie geil war das denn auch? Alter, das war richtig geil. Alter, dass...